Gladbach gegen Bayern, Wetttipps und Quotenboost zu diesem Topspiel am dritten Bundesligaspieltag. Was waren das für Duelle nicht nur in den 70er Jahren zwischen Gladbach und Bayern, sondern auch in den vergangenen Jahren, vor allem in Gladbach? Denn schaut man auf die letzten fünf Pflichtspiele, konnte Bayern München keines dieser fünf Spiele gegen Gladbach gewinnen. Und in den letzten fünf Auswärtsspielen in Mönchengladbach hieß der Sieger viermal Mönchengladbach und ein Unentschieden gab es. Also Bayerns Angstgegner schlechthin in den vergangenen Jahren, die Gladbacher. Vor allem bei Gladbacher Heimspielen, denn da haben die Gladbacher in der vergangenen Saison nur vier Heimspiele insgesamt verloren, dabei 18 Tore in 17 Heimspielen kassiert. Auswärts lief es nicht so gut, nur ein einziger Sieg für die Gladbacher auswärts. So wären sie höchstwahrscheinlich nicht weit gekommen, aber zu Hause spielen sie ja jetzt gegen die Bayern. Da muss man aber auch dazu sagen, dass die bisherigen Auftritte der Gladbacher in dieser Saison auch nicht unbedingt Argumente dafür sind, dass die Gladbacher auch in dieser Saison die Bayern ärgern können. Denn das 0 zu 3 gegen Leverkusen war jetzt natürlich nichts Besonderes, ähnlich wie ein 4 zu 4 gegen Augsburg, bei dem sie schon 3 zu 1 geführt hatten und dann am Ende noch sehr Glück hatten, dass sie per Elfmeter in der Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 4 zu 4 erzielen konnten. Bei Bayern habe ich durch die Verpflichtung von Harry Kane eigentlich jetzt das Gefühl, dass es wesentlich besser läuft als noch ohne ihn. Oder zumindest, da hat er ja noch nicht wirklich volle Pulle gespielt gegen die Leipziger. Und vor allem auch besser als in der vergangenen Saison. Allerdings muss man auch sagen, die ersten beiden Gegner der Bayern waren jetzt auch keine allzu großen Kaliber mit Augsburg und Bremen. Pflichtaufgaben erfüllt, da reiht sich Gladbach mehr oder weniger nahtlos ein, wenn auch vielleicht aufgrund der letztjährigen Heimstärke sogar der stärkste Gegner der Bayern bisher. So trauen weder die Buchmacher noch ich den Gladbachern hier wirklich was zu. Die Quote auf Bayern mit 1,3 leider Gottes sehr niedrig und kaum der Redewert. Auf solche Favoritenquoten brauchst du nicht setzen, auch nicht, wenn Gladbach wirklich bisher nicht so gut war. Was man in solchen Fällen machen kann, wenn der Favorit so klar ist, wie es in diesem Fall scheint, mit einem letzten berechtigten Stück Restskepsis, könnte man auf 1. Halbzeitsieg der Bayern setzen. Was ich aber auswärts ungern mache, weil die Gladbacher Heimstärke mir ein bisschen Sorgen bereitet. Und vielleicht schaffen sie es ja sogar, eine Halbzeit nicht schon mega weit hinten zu sein. Und es geht unentschieden zur Halbzeit aus, dann wäre diese 3,1 zur Halbzeit eine Option. Irgendwie glaube ich auch gar nicht mal, dass Gladbach ein Tor schießt gegen Bayern. Finde ich diese Quote von 2,63 auf beide Treffen nein. Eigentlich viel interessanter als das Gegenereignis von 1,44. Ich gehe eh davon aus, beide Treffen ist mehr oder weniger oft einfach so ein Coinflip, so eine 50-50 Chance. Meistens in der Bundesliga liegst du damit nicht verkehrt, aber dann musst du natürlich auch einiges an Abstrichen an der Quote machen, was dieser 50-50 Chance einfach nicht gerecht wird. Auf der anderen Seite, wenn du so eine gute Quote auf beide Treffen nein bekommst in einem Spiel, in dem eigentlich die Abwehr nichts zulassen darf wegen Wert und Qualität und auf der anderen Seite die Sturm-Reihe nicht unbedingt zu den Furchterregendsten gehört. Zwar konnte der Neuzugang Chwanchara schon gegen Augsburg zweimal treffen, aber dass Plea und Gumu irgendwie Torgefahr ausstrahlen, das wissen wir ja auch schon seit Längerem, dass das nicht so ist. Gumu hat in den vergangenen 20 Spielen ein Tor geschossen, Plea kommt immerhin auf zwei Tore in 29 Spielen und dann dahinter Florian Neuhaus. Da ist eher ein Wunder, dass der noch nicht weggekauft wurde. Ein Tor aus 23 Spielen, Chwanchara hat zumindest in der ersten tschechischen Liga in 24 Spielen zwölfmal getroffen. Also davor muss Bayern wirklich keine Angst haben. Kommen wir zu den Quotenboosts. Bei X-Tipp gibt es eine Kombi-Wette bestehend aus Bayern-Sieg und mehr als 2,5 Tore in der ersten Halbzeit. Ja, stolze Summe, gleich in der ersten Halbzeit von drei Toren auszugehen, die du dann brauchst, um diese Wette zu gewinnen. Dafür ist die Quote mit 4,5 gar nicht mal so geil. Interessanter ist da der Quotenboost bei BWIN, dass beide treffen und es mehr als 3,5 Tore im gesamten Spiel gibt, was aber eine Wette auf die nicht allzu gefährlichen Gladbacher Stürmer wäre, dass die eben auch treffen, das will ich ja eben nicht machen. Da finde ich diese Einzelwette auf beide Treffen, nein, halt wie gesagt mit einer Quote von 2,6 viel besser. Was man natürlich immer machen kann, erstes Tor Harry Kane, wer sonst, das muss er ja quasi für sein Geld auch machen. Und dafür gibt es eine 3,75 und die ist doch allervorzüglichst. Und wenn du noch kein Konto bei BWIN hast, dann kann es sich für dich doppelt lohnen. Sichere dir bis zu 100 Euro BWIN Bonus und eine 10 Euro Freebet über den Link in der Videobeschreibung.